Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video, heute geht es um das Thema Leute machen Kleider, wir spielen wieder eine Runde im Fall Rise und ja, ich losge wieder ab, riesen Sache und ja, los geht's Ich muss ganz ehrlich sein, die Gesellschaft erinnert sich immer und wir spielen halt jetzt ja, uns geht spannend und ich finde Leute machen wirklich Kleider aus dem Grund, weil halt ja, viele sich was einbilden, wenn sie jetzt super aussehen oder so oder generell auch, ja, so sieht das halt aus, so sehe ich das halt und ja, und ja, ich finde es halt echt traurig, dass es einfach so ist und dass man das auch nicht ändern kann in der Gesellschaft und ja, wie gesagt es ist außerdem auch aufgefallen, dass halt immer mehr Leute sich was einbilden und denken ja, sie werden die Besten und sie können alles sie können alles oder wissen alles oder so, weißt du, das ist auch so, was mich tierisch aufregt manchmal und wenn ich so denke, oh ja, ich bin eingebildet, ich bin was Besseres und deshalb, deshalb bin ich der Meinung, man soll das einfach unterlassen und einfach generell machen, was man möchte und ich sehe immer Leute riechen, die halt sagen, oh, ich bin was Besseres und so, weißt du und das macht mich eigentlich ziemlich traurig, traurig und ja und ja, wie gesagt, ich bin echt interessant, finde ich deshalb, dass es es gibt und ich bin froh, dass ich halt mich darüber nicht so viele Gedanken machen, was ich anziehen muss, sondern boah, alter, sondern einfach, ja, was einfach okay ist und ich damit zufrieden bin, wie man ist und so, weißt du, und ja, das mache ich einfach noch tierisch ras rasend ja, das macht mich einfach noch richtig traurig wo ist der jetzt hinten, alter ja, ah, shit verdammt, hätte ich noch killen müssen oh, zehnmal schon wieder gestorben, boah, bin ich schlecht alter, bin ich so schlecht, wie sie jetzt mal, wie gestern, war ich auch so schlecht vorhin, soll ich echt ne und, stirbt er noch? Scheiße, man, er stirbt nicht mehr verdammt, wieder verstorben und ja, ich bin echt einfach zufrieden und auch wirklich damit zufrieden, was man so machen kann und ich bin auch stolz und deshalb macht mich das auch mega zufrieden